Herzlich willkommen zu unserem Wortreich-Podcast. Ich bin der Jojo und ich bin Markus und gemeinsam reden wir über die christlichen Themen, die uns beide bewegen und hoffentlich auch dich interessieren. Und jetzt viel Freude bei der heutigen Folge. Wir haben uns in der letzten Woche ja mit einem Gleichnis beschäftigt, nämlich mit dem Schatz im Acker. Und Gleichnisse, das haben Jojo und ich festgestellt im Gespräch, sind einfach eine tolle Sache, weil biblische Wahrheiten nochmal tiefer reingehen. Jesus hat sie einfach so eingebettet in so eine Real-Life-Story, kann man fast sagen. So, damit sich die Leute das in der damaligen Zeit vorstellen konnten. Es war ja eine einfache Bevölkerung, sehr landwirtschaftlich geprägt. Und auch für uns ist das Ganze irgendwo anschaulicher, wenn man das tatsächlich in einem Gleichnis vorgestellt bekommt. Also ich habe das Gefühl, biblische Wahrheiten dringen nochmal tiefer ein, wenn man sich sie an einem Gleichnis vergegenwärtigen kann. Und das haben wir gemerkt. Wir mögen Gleichnisse. Es war, glaube ich, letzte Woche Jojos Lieblingsgleichnis. Und wir wollen uns heute ein weiteres Gleichnis angucken, was auch ein ganz spannendes ist. Es ist nicht so kurz wie in der letzten Woche, wo haben wir ein Vers gehabt. Das war echt Premiere. Also auf jeden Fall top. Jetzt haben wir ein etwas längeres Gleichnis. Jojo, willst du sagen, welches wir uns ausgesucht haben? Ja, es... Oh, das war laut. Ein Gleichnis, das wir uns rausgesucht haben. Es gibt ja wirklich viele, die man nehmen könnte. Aber es ist das Gleichnis von den Lohnarbeitern. Also ich glaube, so ist der häufigste Begriff, auch wenn so nicht die Überschrift bei meiner Bibel lautet, sondern die Arbeiter im Weinberg. So lautet das bei mir, ja. Kann man aber leicht verwechseln mit den Pächtern im Weinberg. Ja, also wo der Haus ja hingeht und dann, ja, so seine Frucht abholen will und die immer weggejagt werden. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Das kommt auch relativ bald, nur ein, zwei Kapitel später. In dem Kontext ist es nämlich, ja, Jesus, der auf dem Weg nach Jerusalem ist. Genau. Aber so sind wir jetzt in dem Gleichnis von den Arbeitern, den Lohnarbeitern. Genau. Und ich finde dieses Gleichnis spannend, weil man tatsächlich zu am Ende, also herausgefordert wird, quasi eine Lehre von Jesus hört, die manchmal unserem menschlichen Gerechtigkeitsgefühl vielleicht widerspricht. Ja. Und gerade deswegen, glaube ich, ist wichtig, dass man mal drüber spricht, was meint Jesus hiermit. Ja. Genau. Soll ich es einmal vorlesen? Bitte. Genau. Also es Matthäus Kapitel 20, die Verse 1 bis 16 lese ich einmal vor. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen den Nah für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen und sprach zu diesen, geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste Stunde und um die neunte Stunde und tat das selber. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere untätig dastehen und sprach zu ihnen, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den letzten anfängst bis zu den ersten. Und es kamen die, welche um die elfte Stunde eingestellt worden waren und empfingen jeder einen Denar. Als aber die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da empfingen auch sie jeder einen Denar. Und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem unter ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meine zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Ja, das waren die 16 Verse. Gerade der letzte Vers ist natürlich allen bekannt. Vielleicht ist es auch spannend zu überlegen, warum der hier steht. Aber ich will nochmal bei dem ersten Vers gleich einsteigen, denn da sieht man ja wieder die Parallele zum Schatz im Acker von letzter Woche. Der Einstieg von Jesus ist mit dem Reich, der Himmel ist es wie. Punkt, Punkt, Punkt. Ist wieder das gleiche Beispiel. Stimmt. Also das Reich der Himmel hatten wir ja auch gesagt, kann, also meint auch den Himmel, aber nicht nur, sondern es meint auch den Ort, an dem jetzt schon tatsächlich Jesus seine Herrschaft aufrichtet. Er meint sich selbst damit. Mit ihm ist das Reich des Himmels oder das Reich Gottes gekommen. Ja, es ist jetzt angebrochen in dem Moment, wo Jesus auf der Erde war und es breitet sich in den Gläubigen aus, wo Jesus selbst im Mittelpunkt steht und verherrlicht wird. Also dieses Beispiel ist eins von vielen, wo es immer wieder darum geht, wie sieht es aus, wenn Jesus an einem Ort oder an einem Menschen die Herrschaft hat. Genau, vielleicht nochmal als Erinnerung daran, dass es hier um eine ganz andere Dimension geht, die wir uns ja nicht vorstellen können. Den Himmel, den können wir nicht uns vorstellen. Es ist eine andere Dimension. Ich glaube, letzte Woche habe ich das Beispiel gebraucht mit, erklär mal einem Indianervolk, was ein Smartphone ist und versucht es dem irgendwie nahe zu bringen. Der versteht das gar nicht, der kann das nicht greifen. Und so ist es eben, wenn wir von dem Reich der Himmel erfahren sollen. Wir sehen kleine Funken, wir sehen kleine Einblicke, wie es sein wird, aber wirklich begreifen werden wir es nicht. Weshalb denke ich auch, die Aufgabe von Johannes, dem Jünger, dem Apostel so schwer war, in der Offenbarung vom Reich Gottes das aufzuschreiben, was er gesehen hat. Und er benutzt große Bilder, Perlen, Tore, die aus einer Perle gemacht werden und so, weil es so wunderbar ist, dass man es mit menschlichen Worten kaum ergreifen kann. Aber Jesus will, dass wir was über das Reich der Himmel erfahren. Ja. Genau. Genau. Und dann müssen wir so ein bisschen einsteigen in dieses Bild, was Jesus hier benutzt. Diejenigen, die einen Weinberg haben und die in der Weingegend sind, sind wir hier so fast. Ja, stimmt. Aus dem Norddeutschland, da gibt es das gar nicht, weil wir hier am Rheingraben und so gibt es das an der Bergstraße. Man kann sich so einen Weinberg vorstellen. Wir hatten auch wieder einen sehr heißen Sommer. Man weiß auch, wie die Hitze des Tages brennen kann, wenn man dort arbeitet. Kein Schatten, also geringer Bewuchs, niedriger Bewuchs. Es ist richtig anstrengend, da zu arbeiten. Aber dieses Prinzip der Tagelöhner, das ist uns natürlich heutzutage sehr unbekannt. Und ich erinnere da tatsächlich eigentlich nur mich dran, dass ich mal mit Tagelöhnern in dem Sinne so zu tun hatte, als wir in Afrika gelebt haben und auch immer wieder, als ich das besucht habe, weil dort gibt es dieses Prinzip noch ganz stark. Du siehst tatsächlich, wenn du morgens unterwegs bist mit dem Auto, an den großen Kreuzungen Menschen stehen, die manchmal haben sie ein Schild davor, also nicht nur need job, need work, also für heute. Und manche sind auch quasi in ihrem Gewerk gekleidet. Also bei dem einen, der hat dann manchmal sogar eine Farbrolle oder einen Pinsel in der Hand und der andere irgendwie ein Hammer. Und du weißt ganz genau, also wenn du jetzt was malen willst, musst du bei dem halten. Und wenn du was bauen willst, musst du bei dem halten. Die stehen da und hoffen, dass sie jemand mitnimmt. Also häufig dann irgendwie ein Weiser, der ein Haus hat und der einfach schnell da was renovieren will. Das ist auch krass. Deswegen kann dir das ganz spontan gelingen, wenn du sagst, hier, ich muss heute die Garage streichen oder sowas. Das ist eigentlich zu viel für mich alleine. Der kann für relativ wenig Geld einfach einmal zur großen Kreuzung fahren, an Arbeiter aufgabeln und sagen, okay, jetzt packe ich das. Das ist eigentlich auch cool. Aber auf der anderen Seite haben wir eben auch gemerkt, wie krass das für die Menschen sein muss, diese Perspektive, da zu stehen und keine feste Anstellung zu haben und immer zu bangen und zu hoffen, wird jemand halten und mich mitnehmen? Wird jemand kommen und mir Arbeit geben? Weil wenn nicht, werde ich heute Abend nach Hause gehen zu meiner Familie und bringe nichts zu essen mit. Das ist schon heftig. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen. Also dieses Gebet tatsächlich zu sagen, es muss mich bitte jemand abholen und sich dann zu sagen, okay, es ist jetzt sieben, okay, es war noch früh. Aber um acht stehe ich immer noch da und neben mir, die Leute wurden schon abgeholt. Warum auch immer, die besser, kräftiger aussahen oder keine Ahnung, jemand kannte die schon. Und dann stehst du da und es wird neun und zehn und du weißt, deine Chancen schwindet mit jeder Stunde, mit jeder Minute und um zwölf fragst du dich, warum du da überhaupt noch stehst. Weil wer fängt dann jetzt noch an zu arbeiten, wenn es die Hitze des Tages ist, ja? Und dann sich zu überlegen, ernsthaft, da stehen noch Leute um fünf Uhr abends und wahrscheinlich stehen sie nur noch da, weil sie letztlich Angst haben, nach Hause zu gehen. Also um sechs wird es dunkel, also zumindest da, wo wir gelebt haben, in Afrika häufig. Um sieben musst du spätestens zu Hause sein, sonst wird es auch unsicher. Da gibt es ernsthaft Leute, die, also ich habe sie nicht gesehen, muss ich sagen, aber so wird diese Geschichte lebendig. Da gibt es ernsthaft Leute, die um fünf da noch standen und nichts wussten und ich frage mich nur, die müssen letztlich sich mehr davor gefürchtet haben, nach Hause zu gehen, als dann dort zu stehen, in der Fassdunkelheit. So groß war eben diese Last und auch diese Pein, nach Hause zu gehen und nichts anbieten zu können. Ja. Krass. Und dieses, ja, jetzt, wenn du so davon sprichst, erinnert mich, dass nochmal so manche Dinge im Studium, dass das sehr verbreitet war zur Zeit von Jesus in Palästina, im antiken Palästina, auch wenn du Fischer hast oder so, ja, die viel für den Tag immer gesorgt haben. Und ja, wo ein Großteil der Bevölkerung unter diesen Umständen gelebt hat. Ja. Also wir sagen so von der Hand in den Mund, ja, also am Tag brauchten sie dann was, ja, um davon zu leben. Vielleicht hat es auch mal für zwei, drei oder eine Woche mal gereicht. Aber es ist nicht hier, du kriegst einen Lohn für einen Monat und dann kommst du damit wahrscheinlich mehr oder weniger gut klar. Das gab es in Israel ganz viel. Also letztlich, es gab die Alleinunternehmer, die waren auch natürlich nicht reich, aber solche Leute wie eben Petrus und Johannes oder auch die Söhne des Zebedeos, die hatten immerhin ihr Boot, ja, oder die Familie hatte ein Boot. Damit waren sie schon Kleinunternehmer und sie hatten es selbst in der Hand rauszufahren oder nicht. Weil wir lesen auch im Alten Testament, dass Juden verarmten und ihre Felder verkauften mussten an andere Juden. Und das heißt, du hattest nicht mehr deinen eigenen Acker, nicht mehr die eigene Scholle, die du beackern konntest oder eben als Fischer dein eigenes Boot nicht mehr. Und du warst darauf angewiesen, dass dich jemand, der noch ein Boot hatte oder eben jemand, der ein Stück Land hatte oder eben einen Weinberg hatte, dann anstellte. Und du hast es ja nicht in der Hand. Also dauerhaft waren nur die Leibeigenen dabei. So tief warst du vielleicht noch nicht gesunken, dass du Sklave warst, aber viel besser ging es dir auch nicht, denn du wusstest nicht, wo du arbeiten solltest und wie du dann zu deinem Lohn kommst. Ja, es macht auf jeden Fall das Gleiche. Es ist lebendig zu hören, dass es so Prinzipien auch heute noch gibt in anderen Kulturen. Und so sehen wir gleich am Anfang, dass er, der Hausherr, der jetzt frühmorgens rausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Also der hatte einen Weinberg, der sollte beackert werden. Da sollten jetzt Menschen dran rumwerkeln. Das konnte er alleine nicht schaffen. Also er brauchte auch irgendwie die Arbeiter, wollte sie einstellen. Und er kommt mit ihnen über einen, für einen Denar, ja, als Tagelohn. Ja, ein Denar ist tatsächlich auch, kann man sich so gut merken, ist der Lohn, den man so für einen Tag braucht. Ja, also das war ein Denar. Wir haben ja andere Währungen, Talente oder so. Talente ist viel, viel mehr. Ja. Ich könnte es jetzt nicht auswendig sagen, wie viele Denare ein Talent war. Vielleicht 1.000. Also ein Talent war irgendwas mit 1.000. Ich würde auch 10.000 jetzt schätzen oder so, aber ich könnte es nicht genau sagen. Aber ja, hier ist quasi der Lohn übereingekommen für einen Tag. So viel, du kannst ja davon so viel wie Brot für einen Tag eben kaufen, ne? Genau. So familie ernähren für den Tag. Du bist davon auch angewiesen, jeden Tag diese Arbeit zu kriegen. Das ist halt auch krass, ne? Genau. Das reicht dann nicht. Ich arbeite einen Tag gut und kann wieder einen Tag zu Hause bleiben. So ist es eben nicht, ja. Aber dieser Weingärtner oder dieser Gutsherr, also ich würde jetzt schon sagen, es ist relativ klar, dass Jesus dabei von sich spricht oder von Gott. Also dieser Bezug, wer wer ist, ist eigentlich deutlich, weil er am Ende sagt, es geht darum, was ich am Ende den Menschen zuteile. Ja. Würdest du auch so sehen, ne? Würde ich auch so sehen. Und ist auch schön, einfach so zu sehen, wie der Herr einfach mehrfach rausgeht. Also wie der Gutsherr einfach ganz oft immer wieder rausgeht und schaut, sind da noch Leute, ja? Und dann stellt er die einfach ein, ja? Also wir lesen nichts davon, dass er die einen nahm, die anderen nicht, sondern der sah die untätig rumstehen. Er hatte einen großen Weinberg. Alle, die da noch standen, hat er genommen. Also er ist auch, er ist nicht auf Gewinnmaximierung aus. Deswegen könnte er ja auch sagen, ah, das Optimale ist quasi, ich hole genau so viele, weil die gerade so nötig sind, um die Arbeit zu schaffen. Bloß kein mehr, weil dann habe ich ja Gewinnmaximierung. Also so funktioniert unsere Wirtschaft. Man hat Arbeitslast X und versucht genauso viele Leute zu haben, möglichst nicht mehr, wie diese Arbeit eben, dass sie diese Arbeit schaffen. So ist Gott nicht. Also wen er sieht, er lädt ihn ein. Komm doch in meinen Weinberg, ja? Er schleift sie jetzt auch nicht irgendwie an der Kette in den Weinberg, sondern er lädt sie ein. Komm doch in meinen Weinberg und arbeite. Und die folgen alle und kommen, ja. Genau. Ja, und so geht er mehrfach täglich raus. Also er macht sich ja auch die Mühe, ja, rauszugehen und die Leute einzuladen. Und dann wird es irgendwann abends, ne? Also Vers 8. Als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den Letzten anfängst bis zu den Ersten. Und hier haben wir schon mal ein Schlüsselwort, ja. Letzten und Ersten. Wir haben gelesen in dem Gleichnis am Ende, so werden die Letzten die Ersten sein, die Ersten die Letzten. Und wir haben das auch vor dem Gleichnis. Hier, 19, 30. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und Letzte werden Erste sein. Und so heißt es dann im Vers 1, denn das Reich. Also es ist eine Verknüpfung, ja. Also das ist schon mal wichtig zu sehen. Es geht um die Ersten und die Letzten am Anfang, am Ende und mittendrin. Also das ist schon mal der Kernpunkt des Gleichnis, was Jesus hier deutlich machen möchte. Ja. Und einfach nur noch mal die Erinnerung, wie wird es diesen Leuten gegangen sein? Wie haben die sich gefühlt? Und natürlich auch der, der am Anfang eingestellt wurde, wusste nicht, ob er Arbeit kriegt für den Tag. Aber relativ früh am Anfang des Tages, konnte er sich eigentlich letztlich freuen, dass er am Abend Brot nach Hause bringen wird. Oder eben den Denar nach Hause bringen wird. Haben die Leute wahrscheinlich dann schnell noch auf dem Rückweg Brot gekauft davon. Das heißt, schon morgens um sieben, also dritte, sechste, neunte, wenn der Erste jetzt genau anfängt, so etwa um sieben gleich, ja. Den hat er gleich am Anfang geholt. Und ja, im Rückblick muss er die meiste Zeit arbeiten, ja. Zehn Stunden oder so, bis abends um fünf. Aber er hat eben diese ganze Zeit, diesen gesamten Tag nicht einmal die Sorge, werde ich am Abend Brot nach Hause bringen. Das weiß er. Also er hat, er leistet effektiv zwar mehr, aber diese Sorgen hat er nicht. Und dann überlegt man sich eben, wie ist das mit denen, die immer dichter ranrücken, dann ans Tagesende, bis hin zu dem, der eigentlich verzweifelt dasteht und noch am späten Nachmittag nicht weiß, ob er was nach Hause bringen wird und eigentlich ziemlich sicher ist, dass er leer ausgehen wird. Und der wird noch genommen. Also wie viel krasser muss das für den sein? Er wird, unterm Strich hat er nur eine Stunde gearbeitet, lesen wir hier, ja. Aber ganz ehrlich, also ich will der nicht sein. Also wenn du im Rückblick sagst, oh ja, das sind nämlich denen, nee, das sagst du doch nicht von Anfang an. Du willst doch nicht da stehen, den ganzen Tag in der Hitze des Tages und immer verzweifelter werden, immer verzweifelt. Du siehst, die Sonne neigt sich und geht gleich unter und du wirst niemals mehr irgendeine Arbeit finden, weil welcher ist denn jetzt noch so blöd und stellt dich ein. Und selbst wenn dich jemand einstellt, weißt du, du kriegst ja wahrscheinlich nur noch einen Zehntel Tageslohn. Der gibt dir nur noch ein paar Cent oder sowas, weil warum sollte er dich noch nach dem Tageslohn bezahlen, wo der Tag nur noch eine Stunde hat? Und dann kommt es eben zu dieser Auszählung. Und du kommst als Erster dran und kriegst den Tageslohn. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ja. Also und deswegen finde ich auch die Reihenfolge so spannend, den Vers, Vers 8 erstmal, ja. Also das, das, erstmal der Letzte, bei denen soll angefangen werden, ne. Und, und wenn, der geht so hin, zu dem Verwalter und denkt so, oh, jetzt werden es halt ein paar, ja, Cent vielleicht nach Fleisch oder so, ne. Und, äh, und kriegt das und dann sieht er so, öh, ein Denar, ja, den ganzen Tageslohn. Ja, der wird sich mega gefreut haben. Mega. Und die anderen werden zu dem Zeitpunkt gar nicht neidisch gewesen sein. Die werden sich gefreut haben, ja, wow, schön, was werde ich dann kriegen? Ja, dann, also wenn der jetzt schon für eine Stunde kriegt, also, hm, ich habe hier zwölf Stunden gearbeitet, ja, dann kriege ich ja zwölf Denare. Ja, so, so werden die wahrscheinlich drauf geachtet haben. Ja, aber das passiert eben nicht, ne. Also man muss auch sagen, der Letzte, dem wird ganz klar, mein Lohn ist unverdient. Also da merkt man auch wieder so, die biblische Botschaft ist einfach, wenn die Menschen wirklich verzweifelt sind und wissen, dass sie eigentlich auf dieser Erde oder eben an diesem Tag keine Chance mehr haben, irgendetwas zu reißen und überhaupt nur zu überleben, versorgt zu werden, ja. Wie sehr freuen die sich, die dann tatsächlich von Gott gerufen werden, seine Einladung annehmen und dann tatsächlich einen völlig unverdienten Lohn bekommen? Das ist doch der Hammer. Das ist doch, das ist doch einfach, so ist Gott. Und ich glaube, es ist eben auch die Warnung für uns Christen, die wir Gott schon kennen, ist eben tatsächlich, dass wir nicht in unserem Christsein letztlich gierig werden dürfen und denken, weil wir ja so lieb und so treu sind und so lange schon Christen und so weiter, müsste jetzt unser Lohn steigen. Als wenn letztlich unser Verdienst, dass wir so lange Christen werden, etwas ist, worauf wir stolz sein können, was unseren Lohn gegenüber Gott erhöht. Weil das muss man sich auch klar machen. Der Anspruch ist ja von dem, der früh angefangen hat, nie gegen den, der zuletzt angefangen hat. So nach dem Motto, ich müsste von dir etwas erhalten, sondern da merkt man eben hier auch diese Fehlinterpretation. Die Arbeiter, die früh angefangen haben, dachten, sie hätten gegenüber dem Gutsherrn einen Anspruch auf mehr Lohn. Und diesen Anspruch gegen Gott, den haben wir eben nicht, denn wir kriegen einen verdienten Lohn. Einen verdienten Lohn. Aber keinen dann, der zwölfmal so hoch ist, nur weil wir zwölf Stunden gearbeitet haben. Ja, genau. Und so sehen wir, wie bei den letzten Arbeitern, wie es einfach Gnade ist. Genau. Was Gott hier schenkt oder der Gutsherr, um hier erstmal noch im Gleichnis zu bleiben, ist Gnade. Und es geht eben, wie du am Anfang gesagt hast, gegen unser Gerechtigkeitssinn, weil wir denken, das ist doch jetzt ungerecht. Das ist nicht fair. Gerade in unserer Gesellschaft ist immer alles nicht fair und nicht gerecht. Aber letztendlich, wieso ist es denn unfair? Ja. Ja. Denn das ist ja genau die Frage, die dann der Gutsherr auch stellt. Wir haben das doch vereinbart, Vers 13. Bist du nicht mit mir übereingekommen? Und dann Vers 15. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? Oh Mann, der Herse ist wieder da. Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin. Und das ist halt das Krasse. Sind wir neidisch, weil Gott gütig ist? Also das wäre doch krass. Weißt du, an wen ich da denke? Also an den Bruder des verlorenen Sohns. Ja. Das ist so ein ganz ähnlicher Typ und so ein ganz ähnlicher Charakter. Er ist auch der Treue, in Anführungsstrichen, der immer beim Vater geblieben ist, also von Anfang an. Und der die gleiche Haltung an den Tag legt, in dem Moment, wo sein Bruder, der verloren war, etwas Unverdientes bekommt, nämlich dieses Lamm, was da für ihn geschlachtet wird und dieses Fest und den Mantel und den Ring, dann anfängt, gegenüber dem Vater zu mosern und zu sagen, also warum kriege ich das nicht von dir? Und der Vater letztlich darüber traurig ist und betrübt und sagt, Sohn, alles, was mir gehört, gehört sowieso dir. Wahrscheinlich hätte tatsächlich der Sohn jederzeit zum Vater sagen können, Vater, wir haben so viel, wollen wir nicht heute Abend einfach mal ein Schaf schlachten und unsere Nachbarn einladen und feiern, weil wir so reich versorgt sind. Hätte wahrscheinlich der Vater gesagt, voll gut, machen, machen wir. Und dieser Jünger oder der ältere, ich weiß nicht, er ist der ältere Bruder, glaube ich, einfach nicht, sich dessen nicht bewusst ist, was das bedeutet, das Vorrecht, immer im Haus des Vaters zu sein und alles, was des Vaters ist, auch sein nennen zu können. Das ist er sich nicht bewusst. Aber in dem Moment, wo jemand anderes was Unverdientes kriegt, wird er quasi neidisch und zeigt auf den. Und da müssen wir uns einfach ganz klar selbst, glaube ich, also selbst immer wieder erinnern, als Menschen, die schon lange bei Christus sind, also dieser Anspruch gegenüber Gott, der ist einfach unbegründet, dass wir denken, wir würden mehr verdienen. Im Gegenteil, wir können uns einfach so glücklich schätzen, bei Jesus sein zu können. Ja. Und wir würden eigentlich nichts verdienen. Genau. Also, wenn der Gutsherr Gott ist, dann sollten wir im Weinberg arbeiten, einfach weil er es sagt, ohne auch nur einen Cent zu finden. Ohne Lohn, genau. Und das Spannende ist ja, wenn man sich jetzt vorstellt auch, die würden jetzt einfach zum Verwalter einzeln hingehen oder Kabinen haben und sie sehen überhaupt nicht, was der andere kriegt. Die wären ja alle glücklich gewesen. So ist es. Sie wären alle glücklich gewesen. Plötzlich in dem Moment, wo sie sich vergleichen, da werden sie unglücklich. Und das ist letztendlich das, wie Jesus, denke ich, hier mit dem Gleichnis uns deutlich machen möchte, dass bei ihm die Verhältnisse auch irgendwo anders sind. Also die Letzten werden die Ersten sein, die Ersten die Letzten, die in der Welt vielleicht reich genannt werden, werden im Himmelreich sein und umgekehrt. Aber hier eben auch, Gott ist einfach gütig, auch wo es für uns Menschen irrational ist. Und wir wären alle glücklich, wenn wir uns nicht so mit den anderen vergleichen würden. Und die Verhältnisse im Reich Gottes sind andere. Also jetzt noch mal als Herausforderung, aber wenn ich das jetzt so konsequent weiterdenke, dann sagt dieses Gleichnis nicht aus, dass wenn sich jetzt jemand auf seinem toten Bett bekehrt, auch wenn er sein ganzes Leben lang in Saus und Braus gelebt hat und gehurt hat und alles Mögliche, also das Leben voll ausgekostet hat, aber von Gott nichts wissen wollte. Aber er bekehrt sich auf dem toten Bett. Und daneben haben wir den jungen Christen, der immer brav zur Sonntagsschule gegangen ist und sich als junger Mensch bekehrt hat, sein Leben lang Gott gedient hat, vielleicht sogar in die Mission gegangen ist oder was auch immer. und am Ende treten sie quasi im Gericht vor Gott. Würdest du dann sagen, der, der sich am Ende auf seinem Sterbebett so nach dem Motto bekehrt hat, ja, der kriegt das Gleiche oder wird sogar vielleicht zuerst genannt? Kann das wirklich sein? Also wenn Jesus das hier wirklich meinte, das Gleichnis in Bezug auf den Tod, Arbeiten am Ende, ich habe auch darüber nachgedacht, vielleicht will Jesus einfach nur die Verhältnisse aufzeigen. Aber wenn es gemeint ist, was sein kann, wo ich auch Indizien zusehe, dann finde ich erstmal die Reihenfolge weiterhin spannend, denn es würde ja heißen, keine Ahnung, jetzt kommt das Gericht, ich bin gerade gestorben, das heißt, ich werde zuerst genannt, aber es geht immer weiter nach hinten und dann kommen irgendwann Jakobus, Petrus und es wird immer spannender, Paulus, ja. Aber ich denke, der Lohn, den jeder gleich bekommt, das ist der Lohn im Himmel. Das ewige Leben. Das ewige Leben. Ja, genau. Und manche nehmen dieses Gleichnis und sagen, ja, da ist doch klar, wir kriegen alle denselben Lohn im Himmel. Das heißt, wir sehen, wir kriegen denselben Schatz, ja, das hat keiner mehr oder weniger und da würde ich sagen, dem ist nicht so. Ich denke, wir kriegen alle denselben Lohn im Sinne von dem Himmel. Gut, also der Denar ist das ewige Leben, was uns geschenkt wird. Es gibt keinen Unterschied, kein besseres ewiges Leben, es gibt das ewige Leben, das Geschenk für jeden, der Christus am Ende annimmt. Genau. Und es gibt eben dann ein Gleichnis, was denen so ein bisschen entgegensteht, dass das Gleichnis von den Talenten, ein Hausherr ging weg und er kam wieder, die Wiederkunft des Herrn und der, der über zehn war, sagt zum Herrn, ich habe es verdoppelt und dann sagt der Herr, okay, und du kriegst noch mehr dazu. Und so kriegen die, die viel eingesetzt haben in der Abwesenheit des Herrn, die Zeit auf Erden, kriegen noch mehr dann im Himmelreich. Und wo ich denke, das sind einfach Gleichnisse, die uns schon dazu ansporen sollen, Schätze im Himmel zu sammeln. Und es werden die einen mehr Schätze haben und die anderen weniger, aber alle werden vollkommen erfüllt sein, vollkommen glücklich. Keiner wird neidisch mehr im Himmel auf den anderen sein. Ja, aber dann steht es letztlich nicht im Gegensatz dazu, denn auch dieses Gleichnis würde ich ja sagen, die Menschen, die treu waren, die haben das ewige Leben, die haben auch diesen Denat, den Tageslohn. Und so ist das in dem Gleichnis ja auch, der, der fünf eingesetzt hat und fünf dazugewonnen hat, da heißt es ja auch, tritt ein in die Herrlichkeit des Herrn oder sowas oder in die Gunst deines Herrn. Der, der zwei, hat halt auch zwei hinzugewonnen. Bei dem war das auch so, aber der eine, der sein eines vergraben hat und nichts damit gemacht hat. Dem wird es von ihm genommen und der wird hinausgeschmissen, du untreuer Knecht. Und es wird dem gegeben, der fünf hatte. Wo man auch sagt, also es gibt einen Unterschied, ob man quasi eintreten darf ins Haus des Herrn oder eben nicht, wenn man untreu war. Also das ist hier der Denat, das ewige Leben. Da gibt es keine Abstufung. Also Menschen, die sich zu Gott früh bekehrt haben oder spät bekehrt haben, können nur das ewige Leben bekommen. Aber es gibt quasi unterschiedliche, ja, wie nennen wir es, Preisgerichte, Belohnungen. Belohnungen, Schätze. Ja, so würdest du es auch sehen. So würde ich es absolut sehen. Und das ist auch ein Ansporn für uns, noch mehr zu geben für den Herrn in der Zeit, in der wir warten, dass er eines Tages dann wiederkommt. Ja. Also es ist aber, es ist nicht ganz leicht, dieses Gleichnis. Deswegen haben wir es ja auch gewählt, ne? Genau. Und ich möchte ganz gerne nochmal auf den Kontext nämlich eingehen, wo das, in welchem Bezug Jesus das dann erwähnt, weil das einfach für uns nochmal so ein Ansporn, Jesus nachzufolgen. Da heißt es in Matthäus 19, Vers 27, da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Und jetzt kommt's. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Haus. Wow. Also was für ein Ansporn für uns, die himmlische Belohnung anzuschauen und Jesus nachzufolgen, auch wenn wir hier auf Erden Häuser, Brüder, Schwestern, Äcker, Väter, Mütter und so weiter vielleicht verlassen müssen, um ihm nachzufolgen. Ja, und ich glaube, der Erste ist tatsächlich auch wirklich wortwörtlich so genannt. Wir denken manchmal unter uns gibt es ja auch Erste, die einfach angesehen sind, die es voll drauf haben, die vorne mit dabei sind, die siehst du vorne stehen oder was auch immer. Das sind nicht automatisch bei Jesus die Ersten. Es gibt ganz andere Leute, die wir hier gar nicht sehen. Die sind treu, aber so im Verborgenen. Und die sind so beim Herrn und so hingegeben, aber die stehen vielleicht nicht so im Rampenlicht. Ganz genau. Dass wir uns dessen bewusst sind, da sieht Gott einfach mit einem ganz anderen Maßstab. Und das sehen wir auch am Ende, nach dem Gleichnis. Was passiert? Die Söhne des Zebedeus streiten sich. Oder noch nicht. Nee, die streiten sich nicht, aber sie bitten darum, doch die angesehenen Plätze zu bekommen. Ja, Vers 21. Wir wollen zu deiner Rechten und zu Linken sitzen. Und Vers 24. Als die Zehne es hörten, wurden sie unwillig über die beiden Brüder. Ja, was die sich erdreisten. Und da sagt Jesus in Vers 26. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Die Letzten werden die Ersten sein, die Ersten die Letzten. Ich denke, darum geht es hier in dieser großen Passage. Das war die heutige Wortreich-Folge. Und wenn du diese Folge mit dem Handy auf Spotify angehört hast, dann kannst du einfach unten an unseren Umfragen teilnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. .